Dankeschön! Tschüss! Eins hab ich mir gewünscht. Die ganze Zeit hab ich unten gewartet. Ich war total heiß, dann kam's endlich. Und ich hatte die Hoffnung, wir können das noch einmal machen zusammen. Hyper Hyper! Hyper Hyper! Ja, dann müsst ihr machen. Hyper Hyper! Nee, jetzt doch noch nicht. Erst wenn wir angefangen haben, zu zweit, zu dritt hier. Achtung, wir drei jetzt. Hyper Hyper! Hyper Hyper! Ja, das ist geil. Thomas, ich bin schon noch schön. Blümi, das war schön. Du, du, du. Schön Sonntag, ne? Morgen wieder, ne? Morgen sehen wir uns noch nicht. Stimmt. Ja. Ein riesen Applaus! Dankeschön, tschüss! Die Bierhede! Immer wieder gern bei unserem Kieschenhafenfest. Und das ist das Schöne zu sagen, trotz Baustelle, trotz Kirchentag, Kieschenhafenfest findet statt. Und ich denke, das ist auch mal ein Applaus wert, auch wenn wir hier auf diesem Platz sind, und nicht an der schönen Elbwiese, aber nächstes Jahr wieder, ne? Also Dankeschön an alle, die das Hafenfest auch wieder organisiert haben, trotz dieser Baustelle und des Kirchentages. Leute, wir haben den nächsten Künstler auf der Bühne. Ja. Vielen Dank! Vielen Dank.